Was ist das? Paxi-Kurier. Okay, das muss ich einen Raketenwerfer. Komm, wir machen jetzt nur difficulty minus. Machen wir einen easy run jetzt. Hey lady, I'm here with your groceries. And you're not the grocery boy. Where's Edgar, the handsome grocery delivery boy? He's too handsome with Joe's drawing skills, so I'm standing in for him. I bought your groceries. Edgar will bring them up to the top floor for me. The top floor, that will make, will take forever. Do you expect an old lady like me to rubble all the way down there? I can barely walk. Fine. Oh, ein Double Jump. Oh shit, ich bin ein Trottel. Nix hat schon bei der, sehr gut. Geh weg. Geh weg, es hat so viele. Puff, sehr gut. Okay, das ist schon ein bisschen, wirklich easy mode, was wir jetzt grad hier haben. Wir sind jetzt schon fast Level 5. Ah, komm ich aber nicht. Komm ich schon bei dem Rocket Jump. Doch, dann können es geben, aber dann will ich eigentlich nicht machen. So viel Scheiße. Scheiße. Au, 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 au. Geh weg. Gun Mod, crit, okay. Und damit habe ich nicht Waffen Level 5. Das ist ein bisschen, arg schnell. Jetzt lass mich doch, Sache einsammeln. Oh, man hat BOTS. Was ist mit all diesen Robots, Lady, und diesen Turrets? Das könnte wirklich jemanden. Ich sage mir, mein Landlord, dass sie zu einem der anderen Tenen gehören. Wir haben eine strikt, no pets-polizei, aber niemanden hört. Aber nicht, dass sie dich intimidieren. Die Munger ist nur die Gros- die Gros- die Gros- die Gros- die Gros- ganz askешu. Was ... Ich bin gerade der Typ, der Gros- die Gros- die in die Tau aufbringt. Ja das ist wirklich echt verr…" Zero Secret Founders, das bin nicht online. Entering the Foundry! Oh, hassenьте bitte gerne Gero stats in dir? Da könnte he勾 Pet und keinen F главное sound. What? Really? Kind of. Oh. Ha. Oh, so good. Huch. Das war ja nur ein bisschen close. Das hinter einem beschwören, soll ich ein bisschen... Unfair. Oh, 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 oh. Okay. Da geht's den Boss. Oh. Wow. Da kommst du denn her? Da geht's irgendwo hoch. Geh weg. Boss. Den kenn ich nicht. Geh weg. Mit der Kotze und Bomben. Oh, ist das ekelhaft. Vor allem steht die Lava immer höher. Ach ne, jetzt ist es... Oh, er ist tot. Okay, okay. Was ist das? Rapid. Alle klar, nehm ich doch. Ich bin wieder so viel gestorben. Ich bin irgendwie nicht gerade so auf der Höhe. Ich kann mir die Waffen glaube ich nicht so klar. Nein, Alter. Hackbots. Hackbots. Found the secret. Das kann ich aber schon. Kann man gar keinen Text zum Vorlesen. So viel secrets kann es nicht mehr gegeben haben. Vorher meine ich. Wenn ich jetzt gerade 12% gefunden habe, dann ist es dann 11% ab. Das wäre aber jetzt einfacher, ne? Also wenn ich da einfach nur hochlaufen müsste und er würde nichts spawnen und so. Das würde mir helfen. Oh, der shit. Eu, 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 eu. Ich könnte meinen Speedplus vertragen, wenn du sowas. Das ist echt... Bisschen übel gerade. Oder Lebensenergie wieder auffüllen. Das würde auch helfen. Speedplus. Geh doch. Arme auf. Mehr Arme plus. Und... Low XP Red plus und so. Wenn mich jetzt doch mal hier auch schießen müssen. Weil... Jumphead plus hilft mir dann doch ein Stück weiter. Okay, kann man doch durchgucken auf so irgendwelchen Gründen. Hier war ich ja letztes Mal. Genau, hier. Secret. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Hier haben Sie sogar vergessen. Na egal.